Welches ist der perfekte 4K-Beamer für dich in 2024? In diesem Video vergleichen wir die Top 5 besten Beamer, damit du deine Serien und Filme oder sogar Gaming in bester Qualität genießen kannst. Viele Beamer sind für spezielle Anwendungsbereiche konzipiert. Während sie für eine Person perfekt geeignet sind, benötigt jemand anderes möglicherweise einen völlig anderen Beamer. Ich habe Beamer aus allen Preisklassen und Anwendungsbereichen herausgesucht, um den richtigen für dich zu finden. Alle Links zu den günstigen Angeboten für die Beamer findest du in der Beschreibung direkt unter dem Video. Die Beamer sind in keiner bestimmten Reihenfolge, also schaue das Video am besten bis zum Schluss, um nichts zu verpassen. Wir starten den Vergleich mit dem XG-IMI Horizon Ultra 4K. Meine Empfehlung als bester Beamer bis 2000 Euro. Als erstes fällt das edle und stilvolle Gehäuse des XG-IMI Horizon Ultra auf. Es ist zwar kein echtes Leder, sieht aber dennoch sehr hochwertig aus. Der Beamer ist klein, kompakt und relativ leicht, was seine Portabilität erhöht. Die Einrichtung des XG-IMI Horizon Ultra gestaltet sich einfach und benutzerfreundlich. Der Beamer erkennt automatisch die Projektionsfläche und passt das Bild entsprechend an. Der Horizon Ultra punktet mit einer Helligkeit von 2300 Lumen und einer Dual Light Engine, bestehend aus einer Laser- und LED-Engine, die auch unter Tageslichtbedingungen ohne Abdunkeln des Raumes auskommt. In Bezug auf die Bildschärfe liefert der 4K-Beamer eine sehr gute Leistung und unterstützt den HDR sowie bis zu 60 Hertz. Der Horizon Ultra ist ein solider 4K-Mini-Beamer, der mit seiner Portabilität und einfachen Einrichtungen punkten kann. Als Alternative kann ich dir den Hisense PL1 SE empfehlen. Der Hisense PL1 SE 4K Laser-TV ist ein echtes Highlight, das ein 120 Zoll großes Bild in dein Wohnzimmer zaubern kann. Die Technologie des Hisense ermöglicht eine maximale Bildperformance mit einer passenden Leinwand. Die Flexibilität des Geräts erlaubt Bilddiagonalen von 80 bis zu 120 Zoll. Mit einem elektronischen Fokusregler kannst du die Schärfe nachjustieren. Die integrierte Soundbar mit Dolby Atmos-Fähigkeit sorgt für ein ordentliches räumliches Klangerlebnis. Bei der Ausstattung überzeugen der starke Klang, der abgesehen von tiefen Bässen alles andere gut meistert. Das Betriebssystem für den Smart-TV bietet die allermeisten bekannten Streaming-Dienste. Hinzu kommen noch je zwei HDMI- und USB-Anschlüsse. Suchst du ein günstigeres Modell? Dann ist der Viewsonics PX701 der richtige für dich. Meine Empfehlung als bester 4K-Beamer unter 1000 Euro. Viewsonic macht die Installation gewohnt ganz leicht. Der PX701 4K wird einfach am passenden Ort platziert und schon kann es losgehen. Er besitzt ein kleines weißes Gehäuse aus Kunststoff, was vor allem im Wohnzimmer die Deckeninstallation unauffällig gestaltet. Mit 2,8 kg ist der Bildwerfer überdies leicht genug, um ihn mit einer handelsüblichen Deckenhalterung zu montieren. Der Viewsonic erreicht eine Lichtausbeute von 1900 Lumen im Bildmodus Standard. Die Farbtemperatur von 7500 Kelvin sorgt für etwas kühlere Abbildungen, die allerdings vielen Nutzern durchaus gefallen dürften. Der nächste Beamer ist der JMGO N1 Ultra Beamer. Beim JMGO N1 Ultra handelt es sich um einen Triple-Color Laserprojektor mit 2200 Lumen. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1600 zu 1. HDR10 wird unterstützt. Der Hersteller empfiehlt eine Bilddiagonale von 100 bis 150 Zoll. Im Inneren verfügt der N1 Ultra über zwei 10 Watt Speaker und ist Dolby Audio sowie DTS zertifiziert. Zur Nutzung von Apps ist Android 11 auf dem Gerät installiert. Über die Gimbal kann der Projektor um 360 Grad horizontal gedreht und um 135 Grad vertikal geneigt werden. Der N1 Ultra projiziert ein helles 4K-Bild, das insbesondere bei größeren Diagonalen zu überzeugen weiß. Auch der Filmgenuss am Tag oder bei Ambient Light ist möglich. Vornehmlich dunkle Szenen können vom Triple-Color Laser profitieren. Schattigere Szenen wirken detailliert, während vom Produzenten bewusst schwammig gehaltene Filmpassagen zum Rätseln und Philosophieren einladen. Als letztes haben wir noch einen günstigen Beamer für dich. Der Acer H6815BD ist ein DLP-Projektor mit Single-Chip und nativer Full-HD-Auflösung. Dank XPR-Technologie kann er Inhalte mit 3840 x 2160 Pixel entgegennehmen, verarbeiten und sequentiell projizieren. Gamer profitieren von einer reaktionsschnellen Steuerung in Kombination mit einer niedrigen Latenzzeit. Im hohen Lampenmodus ist der Acer angenehm leise. Spielfilme mit 24 Hertz laufen in Originalgeschwindigkeit. Live-Sport wird meistens in 50 oder 60 Hertz gesendet. Diese stellt der Acer flüssig dar. Sind helle Elemente vorhanden, kommen die Stärken des Acers zum Vorschein, nämlich seine hohe Maximalhelligkeit. Kräftigere Farben leuchten prachtvoll in der Dunkelheit und sorgen für eine eindrucksvolle Plastizität. Unsere Empfehlung als günstiger Gaming-Beamer. Damit sind wir am Ende unseres 4K-Beamer-Vergleichs angekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, lass uns gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen.